Auf unserer Abenteuertour Allgäu besuchten wir auch in Kohlfeld die Käserei Martin Bauhofer. Und wir staunten nicht schlecht, wie toll die kleine Käserei hier in Kohlfeld im Allgäu arbeitet. Wir schauten auch ganz kurz in die Produktionsstätte und staunten nicht schlecht, wie aufwendig der Käse hergestellt ist, bevor er in der Theke liegt. Hier wird einer der besten alten und jungen Gaudas und Bergkäse von verschiedenen Sorten hergestellt. Und schon liegt er dann in der Theke, aber wohl ausgereift fast bis zu 200 Jahren. Und der schmeckt der Käse. Wir haben uns reichlich eingedeckt, um für die nächsten Touren im Allgäu gestärkt zu sein. Es hat uns gefallen bei Martin Bauhofer, denn so eine Käserei, die passt ins Allgäu und Martin Bauhofer versteht das Käse machen. Wir kommen wieder zum Käseessen nach Kohlfeld zu Martin Bauhofer.